hallo meine lieben ich habe gerade ab und zu manchmal gewinnspiel jetzt habe ich eins vorbereitet gewinnspiel beziehungsweise ein quiz da gibt es natürlich auch tolle preise zu gewinnen ich habe ein paar tolle wundert zusammengepackt sei es so kleine schöne sachen drin sind wie jetzt programme kulis bonbons oder auch schlüsselbänder da gibt es auch die nach hier wundertüten ihr seht sogar mit t shirt oder hier schöne andere sachen und ja den hauptpreis habe ich natürlich auch einen wundervollen rucksack mit ein bisschen werbung und ja wie gesagt wiedersehen tolle preise gibt es zu gewinnen und wer an meinem gewinnspiel unter 18 teilnehmen möchte dann müssen die eltern so eine einverstandserklärung sich schicken lassen und ausfüllen unter 18 kann ich keine teilnehmsten es ist schon einiges an schienküter getrieben worden ich will mich auch schützen wie gesagt wenn ihr fragen habt anregungen in die kommentare oder schreibt mich per instagram an und ich hoffe dass ihr alle gewinnt die fragen bereite ich vor und dann werdet ihr weiteres wie gesagt viel spaß tschau tschau ja